Hallöchen ihr Lieben da draus, ich bin's wieder mal bei Y-Clip Heute sind wir mal GTA San Andreas im Multiplayer unterwegs, neben mir ist crazy Yo, herzlich willkommen, Leute Ja, ich hab schon lange kein Let's Play gemacht Und ich hab mich jetzt auch noch mehr entschieden, dass ich jetzt noch nebenbei Eurotrack und GTA San Andreas Multiplayer aufnehme Und ja, sorry, dass ich so lange keine neue Folge von Links gemacht habe von Eurotrack Gut, ja, wir wollen heute paar Motorradparcours machen Gut, lass uns, lass BP1 machen, oder? Erstmal BP1 anfangen BP1, äh, T slash BP1, ne? Ja, BP1 Hä, das klappt nicht BP1 Achso, ja Genau BP1 So, jetzt aber, warte Warte kurz noch, bevor wir starten Ähm, alle Zuschauer da draussen Ich weiß, heute war was anderes angekündigt und die letzten Tage auch Aber, ich, weil ich den Live, weil ich für den 1. April, den Live Stream in 20 Uhr alles vorbereiten muss und schauen, wie das funktioniert Kamen erstmal Videos nicht Und deswegen schaue ich, dass ich jetzt wieder die Videoreinfolge reinkriege Ne? Also, viel Spaß Jetzt kommt Yo So, gut, dann lass mal anfangen Ja, Baby Ja, Baby Ja, ist klar Bist du runter? Ja, ich bin ganz so runter, crazy Scheiße Scheiße Ähm, T slash BP1 Ja, der Y-Clip, der ist noch nicht so gut, der hat das Spiel noch nicht so lange Oh, der wird das schon umkriegen Ähm, soll ich auf dich warten? Ja Joa, ich warte mal, komm, wir fahren zusammen weiter Äh, warte Ich hab ein pinkes Motorrad Aaaaah Oh, komm her Ich komme Ey, nicht schießen Lol Ich komm doch nicht Oh, wieder warten Okay Soll ich BB1 Ist doch schlecht Nicht Ich warte Ja, sorry Leute, dass wir jetzt ewig warten müssen Ah, wir schaffen das Ewig warten, ich Alter, ist ja schon mal was aufgefallen Vorne, ähm, sind die Bremsbacken viel größer Und hinten ganz klein Die Bremsscheine Ja, ist klar, ne Ich flieg dauernd weg Warte Voll komisch BP1 Das ist doch nicht schwer Ja Ja Ja, ich versteh dich schon Oh Oh, darunter kommt hier zu mir Nee, nee Ich hab noch schon, komm Von rüber Und schaff's so Oh D Slash BB1 Jo, äh Ja Lass uns zu 2 kommen 1 kann ich nicht Mhm Ja BB2 Ja, warte Ich mach 1 nochmal zu Ende für die Zuschauer Yep Meine lieben Zuschauer, schaut euch das an Ich fahre rückwärts ganz leicht und ramme den Zaun um Zaun um Bah Sooo Schade Und einmal da hoch Was? Und einmal da hoch Yeah Bist du da? Oh 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 Und ja Nee Ich hab Ich bin gefeiert Wie, bist du immer noch? Nein Nein Ja, komm Ich komm auch 2 Ich hab's nicht geschafft ja zwei habe ich sogar schon letztens geschafft ja baby jetzt bin ich am start ne crazy ist am start lol so lol Eieieiei Los Nein! Nein! Ah, Scheiße Los Leute! Los Leute! Wir schaffen das ja ich weiß schon wie es jetzt heißen wird bei clip und kann kein auto fahren oder kein motorrad motorrad fahren ja es geht mir die ab das war zu langsam würde ich mal sagen komm komm zwei müssen wir noch wenigstens schaffen ich ziehe das eigentlich alles mit einem versuch normalerweise durch ich bin aber auch jetzt sie jetzt läuft es bei mir ja bei mir läuft es auch ganz langsam ganz langsam komm 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 was machst du denn ich war ganz langsam so und da war ist ja ne du weißt ja den trick damit du schneller wirst nach vorne lehnen nein ich hab ganz was ganz scharf nein ganz knapp man Na und 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 ja nein 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 bitte nicht bitte nicht beendet und wir schaffen jetzt auch Leute zu schaffen naa und kann ich ja ja auch knapp 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 so die rohre ja auch ja jetzt war das nach vorne der crazy hat es wohl besser drauf naja ist ja nicht schön immer wieder dieser crazy ja immer dieser pro ne ist mal genau ansetzen ich bin genau das wollte ich nicht machen gut müssen anschwung aber gleich gibt es die ganze stelle die kann ich selbst zwei noch nicht gekommen alter und war voll gut na leute und darunter ich finde bike parkour wenn man es kann dann macht das eigentlich ziemlich spaß ja aber nur wenn man es kann ja klar ja und ja geil super jetzt 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 kommt jetzt kommt ich bin bei allen gescheuert ja wobei klipp auch nicht besser wäre ja ja du überschätzt mich hier bin bei allen gescheuert ja ich sag ja da wäre es auch nicht besser als ich ich bin bei drei ja gut du bist bei drei ich mache zwei noch zu ende wenn ich es schaffen sollte wenn ich drei schaffe gibt es einen jubel da aber trotzdem überrascht kriegst du von mir dann halt mal hier muss ich doch hoch ja gut jetzt geht es hier weiter d slash d nein oh ja diese leute da da sieht man schon das ist wirklich schwer scheiße ja das war gut ja das war jetzt auch nur das andere mal das schafft er wieder nicht mit sicherheit so ähm und wieder das geben nein knapp 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 ich verlang das ich auf den kleinen teilen fahre ja klar ja geschafft so jetzt noch einmal t Slash PB3 Lars Ja, super Jetzt wird es langweilig Für euch Leute Jetzt dürfen wir die ganze Zeit nur Treppen hochfahren Jetzt bin ich wieder bei der scheiß Stange hier Kommt noch kein Schwein hoch Bei der Stange? Bei der Stange Da über den Silos hier Hey, Kumpel, fahr vor Oh, 3 muss ich mir gleich mal angucken Ganz langsam, ganz ruhig Ganz langsam Ganz ruhig Wir können ja zum Schluss mal was ganz Einfaches machen Wenn das okay ist Ja, wir können ja die Spiele abschießen Vor allem nicht Nee, die Spiele nicht abschießen Ich hab noch was, da brauchst du gar keine Maschine Da musst du nur springen Es ist, da kenne ich was ganz Einfaches Das schaffst du sogar Ja Weil da musst du, da musst du nur so Heubein hochspringen Ich bin bei solchen Treppen, ja So, ganz ruhig, ganz ruhig Der 2-Clip schaffe das Ja, 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 Weiglepp Es ist schwieriger, als es aussieht Nein, ich will nicht runter Wenn ich mal ehrlich bin, liebe Zuschauer Ich habe den Parcours schon mal gefahren Aber da bin ich kein bisschen weitergekommen Als ich jetzt bin Ja Ja So Aus 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 Ich bin schon kurz vorm Ende Das beschleunigt hier zu viel Motorrad Yo, ich habe es ja nicht geschafft Ja, super So, wie geht es jetzt lang Oh, da runter Ich bin weitergekommen, crazy Ja Das letzte Mal, ja Und ich habe es geschafft, Leute Ich habe Bike Parcours 2 geschafft Oh, jetzt kommen wir zu drei Drei ist es Ach, drei Ach, das meinst du Alles klar Ja, das ist noch einfacher Nein, nein, nein Ui, 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 ui Ui, 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 ui Schreit schon wieder so Verdammt Verdammt Ich war so weit gekommen, kann man hier irgendwie cheaten Ui, ui Mann Cheaten kannst du hier nicht, das musst du alles so schaffen T B Slash BB Komm schon, das geht doch wohl Hier So, jetzt will ich eine weiter Ey, da habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich vier Ja, ich auch Äh, jetzt habe ich Gas geben, Gas geben, Gas geben Das müsste hier wohl einfach sein Ja Na Nein, nein So Das scheint einfach zu sein hier Das ist einfach hier Nein Nein What the hell Seht ihr das, wie tief das ist Wollen die einen verarschen Ja, wollen sie Ich muss gestehen, ich habe Höhenangst Ach doch, nicht mal GTA, hallo Ach Das ist eine Prüfung für sich Das hat heute Dreimal auch gleich geschafft Oh, was fackt denn da jetzt schon da rum Lol Oh Leute Ja, das Das denkt euch einfach weg Was der jetzt im Hintergrund so aufplackert Ich werde erst mal hier mein Radio ausstellen Das habe ich schon noch zu voll Und Ja Auch geschafft Geht's doch Geht doch So Jetzt Ja, drei habe ich auch geschafft Jetzt kommt vier Oh Ja, okay, das schaffe ich selbst nicht Ja, ich bin weiter als du hier Ne Wenn ich das schaffe, kriege ich von dir was Irgendwas Ja, ein Arschtritt Ja, ein Arschtritt Nein Arschtritt ist gut Nein Ach doch Ciao, ich bin weg Arscht Ach so, ich dachte du antwortest auf mein Auf mein, was ich dir gesagt habe Was du dann von mir bekommst Ja, ja Du kriegst auch noch Arscht Hat heute geschafft Normalerweise soll man eigentlich da rüberfahren Aber Wie ihr seht, habe ich es auch so geschafft Oh, das ist Das ist nicht einfach Oder? Ah, ich sehe dich da vorne, glaube ich Ja, da bin ich Ich bin da rübergesprungen Ich bin da nicht so rübergefahren Ich bin da rübergesprungen Was? Schaffst du das auch so? Ja Hast du Spider-Man benutzt? Nein Du kannst da kein Sprechen Spider-Man benutzen Das kannst du Zeige ich dir dann auch nochmal Wenn ich jetzt runterfahre Das probiere ich hier aus Nö Wiedersehen Jo C-BB4 Las geht Scheiß Folge Ach, geht doch alles Ich habe schon zwei Bike-Parcours geschafft Ja, bei dir Bei dir werden deine Zuschauer Jedenfalls fröhlicher sein Als bei mir Die denken sich Ich weiß, was für den Lusche Ich weiß, ob das wo ankommt Ach, crazy Was machen wir Oh, ja, ja, ja Jetzt wird scheiße Da kann ich nicht drüber springen Ich bin nicht da oben Da warst du wahrscheinlich auch schon Wo diese vielen Kreise Ineinander führen Nein, ich war bei den Bussen Ach, da Da bist du abgefehlt Ja Oh Okay So wie es aussieht Fähle ich hier auch gleich Oh, ich rutsche mit dem Hinterrad immer ab Ist mir auch passiert Das ist bei diesem Kreisdinger, ne Wenn du da so fährst Dann rutscht ich schon manchmal mit dem Hinterrad zum Nissen So, jetzt aber Jetzt kommt der Monster-Stunt hier Ja Scheiße Ja, Monster-Stunt Hat nichts gebracht Ganz knapp Das kannst du doch deinen Zuschauer nicht bieten Nee Da muss ich ehrlich sein Das kann ich euch nicht bieten Oh Aber was ich euch bieten kann Ist ein Monster-Stunt Oh, ja Ja So, gut Von da jetzt Meine Damen und Herren Sie sehen hier White Clip Der rüberspringt Ja, ich hätte es fast geschafft Na, komm Komm, komm Wo bist du? Hey, hey Könnte ich es dir jetzt zeigen? Lol Ich bin bei PB5 Jetzt habe ich noch das auch voll Ah Könnte ich zeigen, wie ich da rüberspringe? Nee Oh, da bin ich gut gewesen Im Gegenteil Ah Ich habe es drauf, habe ich es Ich habe es auch drauf Ich habe es auch drauf Oh, ja Ich habe es drauf, Leute Ne, habt ihr gesehen? Komm, mach auf Oh, da bist du ja crazy Oh, warte Leute Oh, jetzt schaffe ich es Jetzt schaffe ich es Jetzt schaffe ich es Oh, du Ach, was ist denn crazy? Habe ich dir irgendwie die Fahrt genommen? Ja, ach Ging noch Ich wollte da gerade volle Pulle rüber Und du versperrst mir den Weg Was soll denn das? Och, scheiße Ich darf sowieso nochmal neu starten Ich auch Das geht Leute, jetzt schaffen wir es Oh Du brauchst eigentlich nicht so schnell Erst ab der Rampe kannst du das gehen Weil dann schaffst du es auch darüber Ich drücke nur einmal kurz drauf Und die Maschine übertreibt dermaßen Ja, die beschleunigt ganz schön, ne? Ist ja auch eine Rennmaschine Ich bin mal sechs Was? Shit, ja Sicher zehn Versuche oder so Ach, scheiße Okay T-P-P-6 Ich habe keine Chance Loll Nein Bitte Alle Leute Ja, klar T-P-P-6 Ach, komm, Loll Komm Es geht doch wohl Ja Ich bin hier schon Bald am Ende Ich bitte dich Oh T-P-6 Nein, Leute Nein, Leute Nein, Leute Nein, Leute Oh Sag ich denen mal Leute Die können auch nichts dafür Ja, crazy Ich kann auch nichts dafür Ja Die ganze Zeit Nein, Leute Aber die Leute können auch nichts dafür Dass ich hier abfehle Die können auch ehrlich gesagt nichts dafür T-P-7 Oh, nein, dich ließ Nein Oh Nein Schreibt sie in die Kommentare, wie ihr es gemacht hättet Ehrlich Ja Oder ob die überhaupt das Spiel habt 08 T-P-8 Nein Ja, Baby Jetzt aber Ich schaff das Aber wenn ich jetzt nochmal abfehle Und dann denke ich mal Dann reicht das aber erstmal Für heute, ne, Leute Ja Aber ich Bei mir läuft's gerade Irgendwie Oh Ja Gut Gut, Leute Warte 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 Ist wohl beim letzten Versuch nichts geworden Mal sehen, was wir nächste Folge machen Vielleicht machen wir da nochmal weiter Ah, scheiße Vielleicht nochmal etwas besser Aber es läuft bei mir noch Noch bin ich noch da Immer noch Ja, gut Ähm Crazy, ich bin weitergekommen als das letzte Mal Scheiße Ja, klar Gut, treffen wir uns mal zur Wahl SF, okay Ja, los, lass SF auch einen Abschied machen Okay, crazy Bin da Kramm, ich flieg das Flugzeug zum Abschied Ich flieg das Flugzeug Du steigst ein Es gab Flugzeug, du Helikopter Ja, scheiße Das seht ihr mal, was ich für Flugkünste drauf habe So, wollen wir jetzt mal den langsamen Abschluss machen Ja, langsam Fliege hoch und dann mach mal den Abschluss So, Leute, gut Ja, ich kann überhaupt nicht fliegen Abonniert mich, wie gesagt, wieder Ich sag das ja wahrscheinlich immer schon mal hier in Video Ähm, ja, also wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann einfach abonnieren Macht einen Daumen hoch, wenn es euch nicht gefällt Also wenn es euch gefällt, natürlich einen Daumen hoch machen Äh Ja, wenn es euch nicht gefällt, halt einen Daumen runter Ich bin, wie gesagt, immer noch Anfänger und ja Wird sich nach der Zeit noch verbessern Also Macht euch da keine Gedanken Crazy Wir sind gleich über Wasser Wir springen gleich zum Abschied nochmal raus Ja, gut Ähm, ich sag noch paar Worte Ähm, hat Spaß gemacht wieder mit euch, ne Und, äh, lasst einen Daumen hoch Denkt dran, erster, ähm Erster April Livestream auf Twitch Ihr könnt euch noch rausholen, was ihr da haben wollt, ne Gut, wir springen raus Let's go Komm nicht raus Scheiße Ah Loll Ja Ja Gut, ciao Leute Tschüss Ah, scheiße, ich war nicht gekillt Okay, tschüss